Das Wahlpflichtfach Film hat mir auf jeden Fall total gut gefallen. Also der Unterricht ist brutal angenehm, es ist sehr locker, man fühlt sich jetzt nicht unter Druck gesetzt oder so und jeder hilft sich eigentlich auch gegenseitig. Also es ist wirklich eine sehr familiäre Atmosphäre, da wir in ganz kleinen Gruppen arbeiten können. Was die Leistungsbeurteilung agiert, zählt die Mitarbeit mindestens genauso viel wie das Endprojekt, wenn nicht sogar mehr. Es geht also wirklich viel darum, wie sehr du dich für dein eigenes Projekt anstrengst und nicht unbedingt darum, dass der Endfilm nachher perfekt ist. Das Projekt, das mit Abstand am interessantesten war, der Matura-Film, den wir zusammen mit der ganzen Klasse auf einer Hütte drehen haben können, damit es einfach viel mit professionellem Equipment zum Arbeiten gekommen sind. Mein Leben verändert hat das Wahlpflichtfach auf jeden Fall, dass mir in Filmen ganz viel mehr Sachen auffallen, die auch noch als nicht geschult da einfach gar nicht bewusst wären. Also ich habe generell ein großes Interesse an Filmen, deshalb habe ich gerne das theoretische Wissen, was wir erlernt haben, in die Praxis umgesetzt und auch in meinem Leben angewendet, wie zum Beispiel die Drittelregel. Speziell hat mir gefallen, dass jeder seinen eigenen Abschlussfilmdreher hat, total eigenständig. Das war wirklich eine coole Erfahrung. Ich kann das Wahlpflichtfach-Filmen nur echt, echt wirklich empfehlen. Es macht so viel Spaß und man lernt total viel, ohne sich dabei unter Druck gesetzt zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.